Hey Leute, was geht ab? Euer ToxicMakes hier. Ich habe heute einen Noob in meiner Lobby und wir werden ihm heute helfen, seinen El Primo zu pushen. Wir gehen mal bitte aus. So, und ihn werden wir heute auf 500 pushen. Ihr wisst, ich bin bereit. So, und los geht's. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr hattet bisher alle ein schönes Wochenende. Und, ja, ich grüße einen Eggman. Gut. Kannst du da vorne bitte angreifen? Oh nein. Ah, schade. Ihr seht schon, es ist gerade ein bisschen schwer. Denn ich bin halt kein Weltkämpfer. Kann bitte den Ball jemanden zu mir verpassen. Ich muss heilen, ich muss heilen. Ich bin so schlecht. Ihr seht schon, die Ult waren sehr gewastet. Oh, hier, passt, passt, passt. Ah, gut, danke. Boah, das kann doch endlich mal was werden. Okay, GG. Für Leo, das ist mein halter Noob. Kannst du vielleicht ein bisschen versuchen, mehr auf mich den Ball zu spielen? Uh, dann muss man mal immer wieder aushelfen. Wieso heißt du eigentlich, geht mir fang? Du hast mir gesagt, dass ich den Verein gewählt fangkriege. Also ich hab das nicht gesagt, wahrscheinlich ein Freund, oder? Nee, das ist du. Okay. Was? Was glaubst du, was kriegst du jetzt in dem Stern? Ähm, ich hab schon den Stern am Spielen. Ah, okay. Was glaubst du, krieg ich? Ich sag, ich kriege super selten. Episch! Nice! Kann sein, dass ich Hank bekomme. Aber ich krieg nur Münzen. Ihr seht schon, zwei. Also bei mir ist finales Game. Und jetzt, ja. Gut. Das, wie viele Gems hast du aktuell? 29. 29. Ja. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen pleite gegangen an Gems. Das liegt daran, dass ich mir diesen Bullskin gekauft hab. Ah, schade. Hat leider nicht geklappt. Ja, 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 ja. Komm. Ja, da hat's gerade gebackt. Das war echt ganz gut. Wenigstens hab ich wieder mein Superskill. Achtung, da sitzt jemand drin. Passwort. Gut. Gegen den Schachzug müssten wir öfters machen. Das muss ich jetzt überlegen. Erstmal. Schafft ihr das? Ja. Pass dir vor, pass dir vor. Gut. Gut. Gute Hubsache, die Curl ist weg. Boah, ich bin fast tobt. Na gut. Ja, passt. Na gut. Ja, passt. Na gut. Und wie sind wir die Statistiken 2 zu 5 vor. Okay, ich hab jetzt auch um 20. Und meine Mastery. Und meine Mastery. Und meine Mastery. Die hab ich heute auch geschafft. Nice. Also, unser Ziel haben wir erreicht. Und was ist eigentlich dein nächstes Ziel nach Primo? Wie? 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 Wie zu pushen? Ja. Autsch. Das war fies. Boah, das ist noch schwer die. Achtung. Boah, gut, dass du alles zerstört hast da vorne. Ja, passt. Ah, auch gut. Gut. Ihr seht schon, ihr sitzt direkt neben mir. Aber das hat mein Freund auch gehört. Pass immer ein bisschen auf, das ist so... Oh nein, es packt, es packt. Das ist ein guter Kill. Wenn ihr wollt, kann ich noch mal später noch eine Runde spielen mit Tara. Geh, versuch den Ball zu bekommen. Pass ihn her, pass ihn her. Ja, pass. Okay, und ihr seht, es war alles Power Level 7, bin ich glaube ich. Ich bin Power Level 20. Du bist nicht Power Level 20, du bist Rang 20. Ja, Rang. Ah, 162 Gems, äh, 162 Gems brauche ich noch. Komm, ein Match noch. Soll ich ihn hochpowern? Oder soll ich mit meinem Buster spielen? Boah, ich hab irgendwie Bock grad auf ne... Ja komm, spiel Dynamike. Wo ist er, wo ist er? Der kann bitte nicht mit sein, der ist 9er. Wo ist mein Dynamike? Da. Ah, das ist doch 10er. Nee, nehm du nen anderen. Du bist so... Ich hab nur zwei Werfer, das ist echt schlecht. Die Shelly denkt sich nur so scheiße. Genau deswegen sag ich keine zwei Werfer. Der Map ist ein Werfer okay. Der Junge ist so verloren. Ah, dieser Verbindungsfehler, der nervt. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Den Bastian hab ich noch gekillt. Wir können uns halt schlecht selbst verteidigen. Ist unser Problem. Leo! So heißt der Noob. Schon mal. Mhm. Na, das wird nichts mehr. Oh, der Noob ist doch offline gegangen, scheiße. Okay, jetzt verabschiedet er sich auch einfach. Okay, ich bin ja ganz weit abgestiegen. Komm, eine Runde können wir noch. Und ja, wichtig. Das hat immer ein bisschen Lust, aber ja. Okay. 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 Mal ein Fehler. GG. Zweite Stern haben wir auch noch ganz schnell freigeschaltet. Selten. Es gibt keinen Brawler, den ich nicht ... das heißt Venue-Button ist. Okay, auf jeden Fall ... GG war cool und bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute, euer Toxic Max. Ciao.